Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 20 von Towns. Ja, laden wir unseren Spielstand und dann gucken wir wieder rein, was wir machen können. Da sind wir auch schon. Das Dach hatten wir ja letztes Mal noch angestoßen, eine Reihe. Der Händler war auch noch da, da fehlte auch noch ein Teil. Die Hose war es, die Buchse. Und wir wollten unten noch... Ne, unten wollten wir nicht. Unten hatten wir die Kerze noch weiter aufgestellt, wobei einer nicht ging und die war hier oben. Wollen wir doch jetzt nochmal probieren, nach einem Neustart des Spieles. Ob sie jetzt will. Ah, das war verkehrt natürlich. So, jetzt da eine hin und geht trotzdem nicht. Close Menü, keine Ahnung, warum das nicht will. Ne, irgendwie... Destroy Stone, Destroy Stone. Und nochmal probiert. Geht nicht. Ja, weiß ich auch nicht, warum da jetzt nicht. Hauen wir mal gerade die drei noch weg. Mal gucken, was dann passiert. Die anderen gehen ja alle komischerweise. Können wir da auch noch gerade wegreißen, damit wir da auch noch eine Kerze hinstellen können. Gucken. Ja, wie heißt die Happiness? Die Happiness, 36 ist am steigen. Das liegt wohl daran, umso mehr Licht wir haben, umso mehr machen die das auch. Guck mal hier, 1, 2, 3, dann kann da oben noch eine Kerze hin. Geht auch. Die passt nicht dahin. Die müsste da in eine Ecke gehen, ne? Und da passt sie nicht hin. Und da hatten wir geguckt. Hier ist doch möglich dann. Müsste ja auch hier sein, ne? Gut, okay. Es wird überall gearbeitet. Das war jetzt hier, ne? Er entdeckt gerade da unten weiter und geht in den Angreif. Unser Held. Oder einer unserer Helden. Wir haben ja zwei. Wunderbar. Spinner am Morgen, ne? Vertreibt Kummer und Sorgen. Oder wie heißt das? So. Glibber am Abend. Erquickend und lahmend oder so. Keine Ahnung. Irgend solche Bauansprüche gibt es doch da. Gut, wunderbar. Überall kann man hier noch Steine abbauen. Da oben haben wir die nicht schon eigentlich in Auftrag gegeben gehabt. Ich war der Meinung. Aber es kann auch sein, dass daneben welche liegen und wir die gar nicht sehen. So. Da mal weg. Da mal weg. Da auch weg. So schön zum Arbeiten hier. Das ist auch alles weg. Wahrscheinlich sind die alle auch wegzumachen. So. Das ist dann auch erledigt. Wird wieder nach dem Spiel. Passt. Alles in diesem Bereich kommt weg. So. Hier wird jetzt auch schon abgearbeitet. Das heißt, wir können dann mal gerade probieren, ob... Jetzt... Nee. Irgendwie ist da jemand, der uns da... Destroys Spider-Red. Ja, geht nicht, ne? Wie sieht es denn mit Spider-Red aus? Bis dahin, da können sie auch von alleine das holen. Sollten wir da ein Lager mit Spider-Red oben machen? Gute Frage, oder? Hier leuchten auch lauter Kerzen. Das ist auch schön. Hm. Da oben haben wir ja noch ein Lager für... Was weiß ich. Großes Food-Material. Lass uns doch mal gerade neue... Stockpfeil hier hin zaubern. Und wir sind in der falschen Ebene wahrscheinlich, oder? Nee, eigentlich nicht. Achso, wir müssen hier noch was auswählen. ITE's. Machen wir mal so. Manage Stockpfeil. Und... Spider-Red kommt da rein. Wunderbar. Jetzt gehen die alle runter und holen wahrscheinlich die roten Perlen. Nein, tun sie bestimmt nicht, oder? So, was fehlt uns? Holz wird irgendwie nicht abgearbeitet, ne? Haben wir da die Holzproduktion gestoppt? Nee, eigentlich nicht. Ist aber nix da. Hier, Prioritäten. Da war jetzt der Händler gerade aktuell. Der ist aber schon weg. So hat der seine Buchse gekriegt. Hm. Wir haben hier... Hummus on grass planted tree. Planted pine tree. Planted tree und planted pine tree ist da. Im Dschungel haben wir nicht. Apfelbäume haben wir noch, aber die wollen wir ja nicht fällen. Die sind ja nur zum Dingens da. Wie heißt das? Ah, hier haben wir auch noch plantagentechnisch was. Ja, irgendwie hapert's ein bisschen an der Holzproduktion, kann das sein? Und hier ist doch das Holzlager, oder? Nee, das ist Eisen. Das ist dann das, das Holzlager. Ja. Aber da macht keiner was. Warum nicht? Kurz hier einmal vorbeigeschaut. Das ist aber alles okay. Warum fällt keiner Holz? Hier, da blinkt schon, dass er Holz braucht. Was hat diese Person... Oh nee, das ist ein Brot. Ich dachte, das wäre Holz, oder war das doch Holz? Hm. Stocks. Holz. Ist hier Holz bei? Ich sehe es gerade nicht, wenn... Da. Ist null. Wood ist null. Ich mach das mal auf 10, gucken, was passiert. Wir sind alle hier mit Essen machen beschäftigt, ne? Schon eigenartig mit dem Essen machen. Aber jetzt wird gerade Holz gefällt, ne? Keine Ahnung, warum das eben nicht war, aber... Jetzt geht's. Spiel ist in Pause. Ein Angriff. Von... Ein paar Spinnen. Okay, das... Können wir vernachlässigen, würde ich mal sagen, ne? Ja, die werden uns da zwar... angreifen, in dem Sinn, aber ich glaube nicht, dass wir da Verluste erleiden werden. Ja. Ja. Was haben wir denn hier jetzt für Möglichkeiten eigentlich? Holz haben wir... Und hier ist schon der Smelter. Ah, jetzt wird auch Holz ohne Ende gemacht. Jetzt geht's überall weiter, ne? Keine Ahnung, warum da ein Fehler drin war. So, hier haben wir jetzt ein Amboss und ein Schmelze. Das heißt, wir können auch da eigentlich aufrüsten, technisch, ne? Oder? Wie geht das denn? Wir können ja immer ein Eisensitz hier als Vorrat mal anwählen. Das war der Finding Samurai-Helm. Was müssen wir denn dafür haben? Kohle und Eisen. Kohle und Eisen. Kohle und Eisen. Und hier oben auch Kohle und Eisen. Stellt sich gerade die Frage, ob wir überhaupt Kohle haben. Und ein Schwerter. Das ist so groß, steht da. Damage 681 bis 619. Ja, ich glaube, wenn, dann machen wir das mal hier so, ne? Gucken wir mal, ob das was wird. So, guck mal, die haben eine ganze Reihe Holz umgehauen. Einer hat was reingelegt. Ne, noch nicht mal das daneben. Oh, die ersten Perlen kommen auch an. Jetzt haben wir hier eine Leuchtecke. Ja. Gut, was macht die Happiness? 31, die ist so lala. Irgendwie sind die Male im Dunkeln, ne? Hier und so. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir Licht in die Hütte kriegen, mehr. Hier ging, glaub ich, nicht, ne? Oder? Ah, da müsste man, wenn wir es an die Wand hinkriegen. Aber ich glaube, das funktioniert auch irgendwie nicht so, ne? Ah, da soll wahrscheinlich schon eine Kerze hin, ne? Ja, ich sag mal, wir machen da eine auf jeden Fall hin und da machen wir auch eine hin, damit der Weg nach drinnen auch hell ist. Hier stellen wir noch mal Licht hin. Und dann denke ich mal, machen wir hier auch noch Licht hin. Falls die da hinten ernten, dass die da auch nicht im Dunkeln ernten, oder? 1, 2, 3, 4, dann ist hier auch Licht. Und da machen wir noch eine hin. Gut. Ja, hier fehlt es auch an Licht. Lassen wir uns nochmal überlegen, was wir da machen. Da Licht hin, da Licht hin und ich mach da nochmal Licht hin. So. Wooden Longsword. Achso, da haben wir schon Reserven gemacht. Haben wir da eigentlich was eingestellt? Ja, also... Ich glaube, das können wir jetzt runtersetzen. Wir machen die Eisenschwerter lieber zum Standard. Holzrüstung. So, besser ist das. Gut, okay. Da sind wir schon in der Ecke weiter wieder. Türen werden auch schon gemacht, wie ich gerade sehe. Und ja, was macht die Happiness? Oh, die ist gerade ziemlich gefallen. Aber wir haben auch viele Aufträge gegeben. Vielleicht liegt es ja daran. Aber die werden ja jetzt auch weniger. Dann, wenn sie die wieder abarbeiten. Wollen wir hoffen, dass es dann hier hochkommt. Weil wir ja auch mehr Kerzen gemacht haben. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es dann auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020